Sie hören die Metamorphosen für 23 Streicher von Richard Strauss, dirigiert von Hans Swarovski. Der Anfang des Bandes ist beschädigt, daher beginnt die Aufnahme erst im zweiten Takt. Ich bitte dafür um Verständnis angesichts der Bedeutung dieser Aufnahme. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Anfang 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 des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020